Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 29. März 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 978 und der eine oder andere wird sich wundern. Heute Morgen hat euch ja der Achim schon ganz freundlich begrüsst und die Daily zum heutigen Tag nähergebracht. Er hat am Schluss auch erwähnt, dass der Mega-Launch stattgefunden hat von Xiaomi. Den habe ich mir auf dem Weg ins Büro und in der Stunde danach noch angeschaut und dachte, ich mache mal wieder etwas im Bereich Sonderberichterstattung in dem Sinn. Und zeige euch ein bisschen oder erkläre euch ein bisschen, was Xiaomi da alles vorgestellt hat. Sie haben ja von einem Mega-Launch gesprochen und haben da bis jetzt zumindest mehrere Smartphones vorgestellt. Ein Smartband haben sie vorgestellt und einen neuen Router, Gaming-Router, um genau zu sein. Und auf das möchte ich doch kurz eingehen. Zuerst hat man, oder man hat sehr lange gezeigt und was mich am meisten verwundert hat, auch mit Publikum und nicht nur so fünf, sechs Nasen und alle irgendwie zehn Meter Abstand dazwischen. Übertrieben gesagt logischerweise. Nee, in guter alter Manier, wie man es von den ganzen Events kennt. Presseleute, Influencer, Blogger, YouTuber waren da vor Ort. Allesamt Asiatische, ich gehe mal stark davon aus, vielleicht sogar nur Chinesische, weil man weiss ja noch nicht ganz genau, was alles hier nach Deutschland, Österreich und Schweiz schaffen wird, der Produkte und in welcher Ausführung. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den Produkten über. Und das mit dem, wo das Event war, muss mir Xiaomi mal noch erklären, denn wie gesagt, die Leute sind extrem nah aufeinander gehockt. Über eineinhalb Stunden oder noch länger hat das Event ja gedauert. Sehr, sehr speziell. Als erstes hat man die neue Xiaomi Mi 11 Reihe gezeigt. Das ist das Xiaomi Mi 11 Ultra, das Xiaomi Mi 11, ich glaube normal oder Pro und das Xiaomi Mi 11 Lite. Ich gehe jetzt mal vom Grössten aus und da beeindruckend natürlich die Zahlen. Der Herr auf der Bühne hat auch ganz schön erwähnt oder immer wieder erwähnt. Das ist der King of Android und das haben sie vor allem an Tech Specs gezeigt. Man hat einen 5000 mAh Akku verbaut mit 67 Watt Ladepower mit Kabel, aber auch wireless, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann hat man ein 2K Display mit 120 Hertz verbaut auf, ich bin nicht mehr sicher, 6, irgendwas Zoll Grösse. 6,8 waren es, glaube ich, also richtig gross. Dann hat man auch zum allerersten Mal bei Xiaomi IP68 Zertifizierung drin. Das heisst, es ist das erste Xiaomi, das offiziell vor Wasser und Staub geschützt ist. Und was haben wir noch mit drin? Je nach Modell, drei Versionen davon gibt es. Das kleine, das Lite hat 8 GB RAM, das mittlere 12 und das grosse auch 12 GB RAM. Und beim Speicherplatz teilt sich das beim kleinen mit 256 GB ab und bei den grösseren Modellen mit 512 GB Speicher ab. Die beiden grossen haben jemals einen Snapdragon 888, also das aktuelle Nonplus Ultra, was so in grösseren Mengen zu kaufen und verbauen gibt. Und eben vor allem auch im Bereich der Kamera will man punkten. Und man hat sich, und das weiss man jetzt schon, beim DxOMark Test Ranking bei Fotografie und bei Video an die Nummer 1 verschieben können. Und darauf war er sichtlich stolz, hat dann auch die ganzen Funktionen und Möglichkeiten gezeigt. Zum Beispiel, man kann Video in beide Richtungen machen, also mit der Selfie Cam und der normalen Kamera nach hinten raus. Ich dachte, das habe ich vor, war das nicht, letzten Jahr beim Mate von Huawei schon mit dabei. Unter Vorbehalt war es nur bei Foto, ich bin nicht ganz sicher. Dazu komme ich aber noch zu weiteren interessanten Parallelen. Und auch, und das haben sie als Erste gezeigt, man kann alle sechs Kameras gleichzeitig ansteuern beim Video machen. Das heisst, wenn man ein Video dreht, kann man alle sechs, egal ob Weitwinkel, Nahaufnahme etc., die verschiedenen Linsen separat ansteuern, inklusive der Selfie Cam und dann so ein Video machen und das Ganze schlussendlich steuern und schneiden so, dass man den Ausschnitt hat, den man haben möchte. Auch haben sie, und das war dann schon ein bisschen das typisch asiatische, halt diese lustige Kameravergleich, dieses Mal nicht mit einem anderen Smartphone, mit dem sie sich messen möchten, sondern in diesem Fall haben sie eine Sony-Systemkamera genommen, oder wie sagt man, ist das System, einfach so eine kleine Kompakte von Sony, die RX100 M7, und haben dann da zuerst ein Nachtvideo gemacht, oder Nachtfoto gemacht, besser gesagt, und dann auch noch, also zum einen draussen, aber auch im Raum drinnen. Beides relativ, ja, wie es halt so ist bei diesen lieben Herstellern, unschön gemacht, weil, nur weil man jetzt halt mit KI das Bild ein bisschen aufbessern kann, heisst es noch lange nicht, dass es besser ist. Ich glaube, da muss man dann wirklich in Unabhängigen mal heranschicken und das beide, oder die beiden Modelle vergleichen und oder auch andere Kameramodelle dann eben mit dem vergleichen. Dennoch interessant und, ja, wie soll ich sagen, man wird sehen, wenn das Gerät dann da ist und die ersten Tests kommen, ob das wirklich auch so gut verhält. Auch gezeigt hat man das Xiaomi 11, ein ultradünnes Smartphone, 5G, alles Mögliche mit drin, was man heute so hat. Interessanterweise hat mich das ganz stark an das Wiko Highway Pure erinnert, so dünn wie das ist, und dennoch irgendwie 4.650 oder 25 mAh Akku soll es drin haben, und, 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 auch kameramässig natürlich deutlich mehr. Ein weiteres Gerät, was sie vorgestellt haben, war das Xiaomi Mi Band 6. Das kleine Wearable ist ja sehr stark im Kurs und, sagen wir so, war über viele Jahre der heisse Tipp, weil man für 30, 40 Währungseinheiten ein wirklich einfaches, aber günstiges und gut zusammengestelltes Gerät hatte, mittlerweile auch mit einer eingedeutschten App und so weiter. Das geht jetzt in die Version 6, da hat man unter anderem eine SpongeBob-Version drin, man hat Schlaftracking, ein 1,56 Zoll AMOLED-Screen, 14 Tage lang hält der Akku, und das Ganze gibt es nach wie vor für die circa, also direkt umgerechnet vom Yuan, also vom chinesischen Preis wären es 30 Währungseinheiten, ich nehme da mal stark an, bei uns wird es um die 40, 45 Währungseinheiten dann im Verkauf landen. Und eine zusätzliche Version haben sie dieses Mal umgesetzt mit NFC, also die NFC Edition, die kostet neun Währungseinheiten mehr, kann man, also damit kann man im Zug zum Beispiel bezahlen oder Zugang zu Türen etc. realisieren oder generell Bezahlung, solche Dinge sollen damit möglich sein. Und zu guter Letzt, obwohl Letzt ist nicht ganz richtig, da komme ich aber nachher drauf, haben sie noch auch am Rand einen eigenen Router vorgestellt, der AX9000, ein Wi-Fi 6 Gaming Router soll das Ganze sein, da bin ich echt gespannt. Ich habe seit neuestem einen von Huawei, der im ähnlichen Preisgefilde rumfischt, hier zum Testen und bin da sehr, sehr gespannt, was die lieben Asiaten in dem Bereich noch so bewegen werden und vor allem, wie das Teil dann sich im Test schlagen wird. Das war es dann eigentlich schon. Es hat zwischendurch noch das ein oder andere gegeben. Die Übersetzung war nicht immer ganz so, wie man sich das wahrscheinlich gewünscht hätte. Ich bin gespannt, was da im Nachhinein noch rauskommt. Und für den Achim habe ich gute Nachrichten. Er meinte ja, dass er das morgen in die Daily mit reinnehmen wird. Da gibt es sicherlich noch einiges zu berichten für ihn. Morgen soll es weitergehen. Um die gleiche Zeit, also bei uns wieder um die Mittagszeit herum, soll es einen zweiten Teil des Events geben. Und da werden Sie noch mehr Dinge vorstellen. Sofern ich den jungen Herren auf der Bühne schlussendlich dann auch richtig verstanden habe, geht es morgen nochmals weiter. In diesem Sinne, besten Dank euch fürs Reinhören in diese Sonderfolge zum Mega-Launch von Xiaomi. Wenn ihr Fragen, Rückmeldungen etc. habt, fielen wir natürlich gerne über die bekannten Kanäle. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und morgen habt ihr dann die normale Daily wieder vom Achim, wie gewohnt. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.